Der Bestimmung. Der Bestimmung. Willkommen bei der ersten Metze Power League habe ich ja mit Der Bestimmung. Mit dabei ist der Ending, der Rapid steuert in diesem Dobby. Ja, wer hätte es geglaubt, dass es zu so einem Duell kommt, nicht das Derby, sondern Erster gegen Zehnter und das in einem Derby. Ja, die Austria, keine Ahnung was mit der los ist. Letztes Jahr um den Meistertitel, die Nummer 1 in Wien gewesen. Jetzt hoffen sie schon auf das erste Sys-O-Trail. Neun Runden sind vergangen. Oh mein Gott. Na oder? So ja, na oder? Wie lange noch Vorteil? Ja, da sieht man aus den verschiedensten Blickwinkeln. Boah! Boah! Alter, ernsthaft? Jetzt drehst du ab, hold B. Phil! Rapid vit! Durch seinen Schürmer! Rabbit! 17 Minuten gespielt. Der Bestimmung! Heula! Oli, 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 Oli! Ein, so... Boah! Gescheiß! Ja, das war das fünfte Spiel! Oli, Oli! Tor der Austria! Von fünf wahrscheinlich. Von fünf, ja? Ja, wer trägt sich als erstes in die Torschützenliste ein? Das ist nicht gut. Man probiert es hier jetzt sogar schon mit einer neuen Forma... Oli! Neue Formation! Okay, das gibt's ja nicht! Und schon! Legenda! Ja! Ja, Rapid Erster! Die wollen natürlich ausbauen, ihren Vorsprung! Jetzt diese Runde mal auf Salzburg! Ja! 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 Ne! Ja! 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 hat mich nicht lieb heute. Na wirklich, was war das? Sowas wird nicht mehr in der Schülermannschaft pfiffen. Das wäre geil gewesen, dass er gerade durchschießt. Diego. Ich glaube, die Einsätze kann man an einer Hand abzählen. Ja, Schowisberger. Du bist kein Stürmer. Oh, Scheiße. Was hast du gesagt? Das haben wir als Riga-Dreffer. Ja, die Ausrührer ist tief, tief in der Krise. Vom Meistertitel brauchen sie nicht mehr reden, glaube ich, jetzt mittlerweile. Oh ja, dass das Finale im Fernsehen anschauen. Drei Punkte hätten sie jetzt dann schon auf St. Pölten, die am Relegationsplatz sind. Vier dann schon auf Innsbruck. Auf den ersten Rapid, wenn das Spielstand so bleibt, mittlerweile dann schon 14 Punkte. Ja, eine Toni von 1,0 zu 16. Nicht die schlechteste Abwehr, aber noch nicht. Auch noch Innsbruck mit einem Tor voraus. Ja. 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 Ja, man ist verzweifelt. Umstellung bringt bei der Austria nichts. Ja. 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 Wow. Ja, wenn es so weiter geht, wird das auf jeden Fall eine torreichere Saison als die erste. Und jetzt Gasau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, IF. Oh, das war süß. Oh mein Gott. 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 und was für ein schöner treffer auch noch dazu eigentlich aus der drehung heraus erstes tor gelungen jetzt geht es bergauf buschen jetzt holen wir noch unentschieden aus oder wie lange noch oh jetzt geht es so das ist das ist das ist das ist das ist das ist gut Vielen Dank. Oh. Nein. Oh. Wenigstens in puncto Paraden gewinnen wir. Ja, 15.1. Ja, ich werde das durchaus aus ein Aufwärtstrend. Man hat immerhin ein Tor geschossen. Man muss es ja schön reden, schön langsam. Ja, in der zweiten Halbzeit wurde aber nicht mehr so... ...oder... ...in einen Gang zurückgeschalten, das kann auch sein. Das wird man mit der Zeit sehen. Ja, das war's auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der zweiten Liga. Macht das gut. Bis dann, macht's gut und ciao. 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 Ciao.